Das Spiel wird eine enge Kiste, aber wir werden gewinnen. Zwei, drei Unterschied. Ich glaube, das wird ein echt geiles Spiel werden und Österreich wird gewinnen. 30 zu 29 für Österreich. 31 zu 28. Plus 7. Also Österreich 20 und Ukraine 16. 29 zu 28 für Österreich. Es ist egal, wie hoch wir gewinnen. Zwei Punkte sind wichtig. Alles andere zählt nicht.